Was geht ab? Meine liebe Freunde, willkommen zurück jetzt an einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir schauen uns das neue Video von unsympathisch.tv an. Nicht lachen. Ich hab nur gesehen, Monte auf dem Thumbnail. Und dachte mir, wir bleiben drin, Freunde. Es könnte unangenehm werden, es könnte vielleicht auch ein bisschen lustig werden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe in letzter Zeit massive Internetprobleme, Freunde. Deswegen habe ich mir das Video runtergeladen. Und wir sind gerade nicht auf YouTube, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich gerade kein Internet. Aber der vorausschauende Boss hat vorher die Videos runtergeladen, als er Internet hatte. Und kann sie sich jetzt offline ansehen. 800 IQ Modus, Freunde. Ob ich es hochladen kann, nachher ist eine andere Frage. Aber ich kann es zumindest aufnehmen, ja. Deswegen nur, falls es euch wundert. Ansonsten, Leute, falls ihr die letzte Try Not To Love Challenge verpasst haben solltet. Da waren auch ein paar Monte Memes mit dabei. Checkt gerne oben im i das Video aus. Ansonsten habe ich gestern ein extrem lustiges Video bei einer Freundin hochgeladen. Da hat sie versucht, Rappernamen auszusprechen. Sie hört ein bisschen Deutsch, aber kann die Rappernamen... Ne, sie hat ein bisschen verkackt, Freunde. Ich sage so viel, um es vorwegzugeben. Miami Yassin wurde Miami Ka-Ching ausgesprochen. Falls ihr mehr davon seht, Freunde, checkt das Video ab. Ich werde es auch um ins i packen und in den angepütteten Kommentar. Es war wirklich sehr lustig. Nur, falls ihr das sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein. Link zum Original in der Beschreibung, Leute. Ich werde versuchen, nicht zu lachen. Let's go. Endlich ist es wieder soweit. Luca hat mir eure Clips zukommen lassen. Das heißt, wir spielen heute eine Runde Versuche, nicht zu lachen. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Ich spiele... Zu so einem 8-Jährigen gefühlt einfach. Och Mann, der Arme. Ey, der Arme. Okay. ...sind ganz klar. Ich schaue mir gleich eure Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, erster Clip, let's go. Kein Problem. Oh, ich verdeck Sascha gerade. Okay, Leute, ich hab's nicht geblickt. Ich verdeck Sascha. Eine Sekunde. Wir werden die Festcamp nach oben schieben. Alles cool. Alles cool. Ich bin tatsächlich multitaskingfähig. Ich kann mit einem Ort zuhören und mit dem anderen kann ich reden. So nicht. Ja, Kevin. Er macht seinen Namen allein. Minion. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Aber ich bin richtig dumm, aber ich hab trotzdem eine Million am Konto. Ja, ist ein Zettmeld. Wir wissen jetzt Besseres. Und das gönne ich dir. Versteuert? Ich dachte, das Lustige war schon beim Clip, aber es wurde noch ein bisschen angenehmer. Investiert immer in euch selber. Das heißt, Bücher. Oh, Baby! Ja! Ja, war vorauszusehen. Wie sagt man so schön auf Türkisch? Te secure. Te secure. Inneren. Danke, Marcel. Oh, danke, du bist die Beste. Ich freu mich so. Jungs, das geht grad ein bisschen nach hinten. Lustig nochmal hier. Domm! Domm! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Es ist CO2-Steuer. Puh. Die gute CO2-Steuer, Freunde. Ich bin bei Vodafone. Oh nein, Alter. Oh, 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 oh. Ja. Perfekt, Alter. Huh. Nee, 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 nee. Bruder. Perfekt. Dann machen wir weiter, oder? Holy shit. Du stehst mir deinen Fuß in die Ritze. Ja. Ähm. Das ist Montes kleiner Cousin Tommy. Den seht ihr gerade nicht wegen meiner Facecam. Ich werde sie mal nach oben packen. Dann machen wir weiter, oder? Du steckst mir deinen Fuß in die Ritze. Ja, aber gut. Also da bin ich, das stimmt. Aber da bin ich auch ehrlich. Arschbohrer kriegt jeder. Das gehört zum Kindsein dazu. Ähm. Also ich weiß, ich weiß nicht, in welcher katholischen Kirche Montau aufgewachsen ist, ja? Mit welchen... Nee, ich mach jetzt keine näher. Arschbohrer kriegt jeder. Aber du machst auch noch mehr Sachen. Ähm. 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 Nix... Mit deinem... Ähm. Nix was Arschbohrer mäßiges. Ähm. Schlimmer. Ähm. Du steckst... Du hast... Das ist halt in den Heften so. Ja, aber... Ähm. 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 Er hat eine sehr angenehme Stimme. Sehr... Jaaaa! Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Kann sein, dass dein Papa einen größeren Schlung hat als ich? Statement? Äh. Ich hab den Schlung noch nie gesehen von meinem Papa. Hä? Ist das nicht voll normal, dass man von den Eltern die Genitalien sieht? Noch nie von irgendjemandem sehen. Was? Kevin! 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 Karine? Kevin! Wait, bin ich in der weirden Familie? Ja! Bro! Bro! Hä? Kevin? Bro! Wenn man Baby ist und die Mutter einen erwähnt als Baby, dann ist ja normal. Ja, na... Ja, okay. Man sieht ja von der Mutter dann halt ein Stück vom Körper, aber... Kevin? Bruder muss los. Bruder muss los. Ja? Ja? Ich hab den Fissen noch sehen. Für heute im Blog wirklich ein bisschen Fisse. Ja? Immer noch nicht, Bruder! Das ist unangenehm anzugucken, ne? Oh nein, nicht der! Nein, 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 nein! Oh! 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 Ich muss auch dazu sagen, dass es mich unheimlich freut, dass RTL sich dazu entschieden hat, dass die neue Staffel von GZSZ auf Madeira spielt! Ähm... Ey, Digga! Was ein schönes Bild! Drei Facecams perfekt übereinander, Alter! YouTube Deutschland 2020! Nie wieder Fifa, weil's halt einfach pure Geldabzocke ist. Oh mein Gott! Yeah! Ja! Ja! Ich dachte, wir sind im F*** Weltraum! Digga, bei Nacht sticht man zu! Bei Nacht! Ich stich auch bei Nacht, du Mann! Ja, aber gut, wenn Hannah ein bisschen früher gekommen wäre, dann auf jeden Fall. Was? Was heißt das eigentlich, wenn wir verliebt sind? Du fühlst dich einfach gut in seiner oder ihrer Nähe. Oh Leute, an der Stelle bin ich komplett raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben... Ich kann leider nicht, ich bin offline. Beim nächsten Mal lass ich einen Daumen nach oben da. Dafür müsst ihr jetzt als Strafe bei meinem Video einen Daumen nach oben da lassen, Freunde. Marketing 101, Alter. Oben da lassen, sendet auch jetzt wieder eure Clips an diese E-Mail-Adresse hier. Raus, jeder Kuss. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aber den Content feiert, dann... Kann ich leider gerade auch nicht machen. Aber auch ihr bei mir da... Lasst doch jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ney de racisme. No. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber was kommt jetzt? De racisme. No al racisme. Nein, bitte. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Schaut euch das Video an, das ist sehr empfehlenswert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh, so wie immer. Und... Ciao. Ciao. Ciao.